Liebe Pico-Freunde, in letzter Zeit erhalten wir sehr viele Fragen im Hinblick auf unsere Loks, Wagen und den digitalen Bereich. Aufgrund des Lockdowns können Sie sicherlich nicht zu Ihren Händlern gehen und die Fragen dort beantworten lassen. Also wenden Sie sich an uns, was völlig in Ordnung ist und wir sind auch gerne bereit, diese Fragen alle zu beantworten. Aber aufgrund des großen Aufkommens können wir das leider nicht immer so ganz zeitnah machen. Da bitten wir einfach um Verständnis drum. Darum haben wir uns gedacht, dass wir Ihnen ein Seminar zu den digitalen Fragen anbieten. Ich habe unseren Digitalexperten Detlef Richter gefragt, ob er bereit ist, so ein Seminar auf YouTube zu machen. Das erste Mal wird das diesen Freitag um 16 Uhr beginnen. Herr Richter wird Ihnen einige Fragen zu unseren Decoder 4.1 und den Pico-Smart-Programmern und Testern versuchen zu beantworten. Scheuen Sie sich nicht, Fragen schriftlich einzureichen, aber bitte denken Sie daran, dass die Fragen nicht allzu lang sind, weil Herr Richter kann während des Seminars das sicher nicht alles lesen. Also kurze Fragen, die kann er dann vielleicht beantworten. Und in Zukunft wollen wir das dann, wenn das gut läuft, jeden Freitag machen, jeden Freitag um 16 Uhr. Und scheuen Sie sich auch nicht, irgendwelche Fragen einzureichen, die dann beim nächsten Mal vielleicht in die Beantwortung kommen. Insofern darf ich Ihnen viel Spaß bei dem Seminar wünschen und hoffe, dass Sie dann anschließend noch mehr Spaß mit Pico-Modellbahnen haben und der digitalen Steuerung. Vielen Dank und alles Gute!